Ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Heidi-Marie Willmann und ich bin deine Gastgeberin. Und ich habe gleich mal eine Frage an dich. Hey, hast du auch keine Lust mehr, auf die schöne Zeit des Jahres, den sogenannten Sommerurlaub zu warten oder überhaupt auf den Urlaub zu warten, bis dein Leben anfängt, bis es dir gut geht, bis du die Dinge tust, wozu du richtig Lust hast, hast du echt keinen Bock mehr darauf, ja? Dann empfehle ich dir dieses kostenfreie Webinar, einfach dem Link folgen und ja, die Inspiration abholen, wie du dieses Urlaubsfeeling, dieses Gefühl, was man im Urlaub hat, also dass es einem gut geht, dass man entspannt ist, dass man in der Freude ist, dass man ja glücklich und zufrieden ist, dass du dieses Gefühl, ja, dass du diesem mehr Raum gibst und dass du Urlaubsfeeling ganzjährig lebst. Wenn du dazu Lust hast, dann wie gesagt, folge diesem Link und sei bei diesem kostenfreien Webinar dabei. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.